Und damit kommen wir zum nächsten, großartigen Zaubertrick. Und den nächsten Zaubertrick, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ein bisschen Angst. Und diesen nächsten Zaubertrick, da habe ich Bämel und er geht mit der Pumpe. Denn der nächste Zaubertrick ist gefährlich. Der nächste Zaubertrick ist lebensgefährlich. Ich könnte bei diesem nächsten Zaubertrick sterben. Ja, ja, was der Sick Roy sagen will, ist, bei diesem nächsten Zaubertrick sind schon mehrere Zauberer gestorben. Richtig, mehrere Zauberer sind bereits gestorben. Trotzdem werden wir jetzt den Zaubertrick durchführen. Obwohl schon mehrere Zauberer gestorben sind. Also, come on, Sick Roy. Nimm die Pistole und schieß mir in den Kopf. No! Ja, come on. Ich liebe dich. Ja, ich weiß, aber bitte, bitte, hab Vertrauen zu mir. Dad, du weißt doch, ich habe die Zauberfähigkeit, ich kann die Kugel aus der Pistole mit meinem Mund aufhangen. Also, mach dir keine Gedanken und schieß mir in den Kopf. Jäh! Nein, nein, nette Leute schießen, nette Leute schießen. Unbelievable! Cola, Mentos, Cola. Der war jetzt natürlich ein bisschen dumm, dass ich das gegessen habe, weil jetzt habe ich den Zaubertrick verratet und ich kann gar nicht mehr richtig reden. Jetzt habe ich so viel Spucker gemacht. Schluck schnell runter! Ja, ja, ja. Gleich schluck ich wieder schnell runter. Jetzt kümmere ich mich erst mal um den Mentos. Ah, da sage ich einfach nochmal Abrakatzabra. Sie fragen sich natürlich mittlerweile, wie viel Kaninchen können hier wohl drin sein? Fear, Firm, Sex. Meh-bra-bra! Richtig. Meh-bra-bra! Meh-bra-bra-ka-ninja! Meh-bra-bra-ka-ninja! Elf! Richtig! Elf-ka-ninja! Abrakadabra! Ja! Elf!